Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Nee, das kam von da hinten. Okay. Was denn? Na, weiß nicht. Er zueinander irgendwie. Das war hier mal eine Schachtel. Eine Machete geschärft hat oder so. Das ist ein alter Keller auf jeden Fall. Siehst du das? Das ist ein richtig alter Keller. Guck dir mal, wie dick die Wände sind hier. Boah, was ist das? Alte Lampen. Was ist das hier? Aua. Das war der gute Keller, ja. Hier ist die Schütte. Hier haben sie irgendwas runter gemacht. Es kann auch sein, dass hier Bier oder sowas eingelabert hat. Das ist eine Eisenplatte davor. Ich nicht. Alles ganz schön verwinkelt, ne? Ich denke mal, hier geht's nach draußen. Ah, hier sind wir jetzt vorne wieder. Die hätten die beste Aussicht. Ja. Coole Aussicht. Knast-Aussicht. Vorsicht, hier ist ein Dings nicht, dass du gegenlaust. Boah, fuck. Das sind auch die Metalldinger. Ich würde sagen, die Metalldinger, die sind hier in der Mitte. Wir gehen in der Mitte. Weil die Bretter, dem vertraue ich nicht unbedingt. Hier vorne sieht man, da ist dieser Metallteil, der sich hier so rumschlängelt. Das ist auch ein Dinger Eisen. Ja, der ist, die Treppe hält noch eine Weile. Bei dem Boden wäre ich mir hier nicht so sicher. Geil. Ist doch geil. Hier müssen wir bloß aufpassen, hier kannst du die Straße sehen. Ich höre es auf jeden Fall schon. Der Boden ist nicht gut. Der hört sich gar nicht gut an, der Boden. Mal ein bisschen vorsichtig hier mit dem Boden. Siehst du was, was der für Wellen hat hier? Da sieht der hier besser aus. Also an den Tücken, die man unter uns reingeschrieben hat, muss im Lost Place schlafen. Hier oder im Erdgeschoss, kein Problem. Aber im Keller. Im Keller nicht. Im Keller nicht, das habe ich mir auch gedacht. Aber es ist eine geile Idee, mal in so ein Lost Place zu pennen. Aber nur mit Kalaschnikow. Nur mit voller Bewaffnung. Siehst du, das ist alles hier. Hier haben sie praktisch die Säcke gemacht, denke ich mal. Dass hier so die Säcke dran gehandelt worden. Ja, Süft. Ja, ich sag ja, das ist... Hier muss doch vorsichtig sein. Am besten immer nur da lang gehen, wo es halbwegs trocken ist. Ich kann mich zur Not hier in der Theke festhalten. Das hat bis jetzt immer geholfen. Oh, hier ist sogar noch Musik. Das Ding können wir morgen wieder aufmachen. Oh. Okay, also hier gehe ich jetzt nicht weiter. Weil da drüben ist auch schon die Dachschräge. Hier sieht es sehr böse aus. Dem Boden vertraue ich nicht mehr. Ah, hier ist eine Leiter oben auf dem Dachboden. Okay. Wollen wir da nochmal hoch? Das bin mir sicher. Das sieht nicht sehr gut aus da oben. Ich halte mal die Kamera hoch. Da seht ihr vielleicht mehr, wie wir jemals sehen werden. Aber ich denke mal, das lohnt sich nicht. Da wird nicht viel sein. Und wie gesagt, das Dach ist ziemlich... Oh, ich kriege auch andere Tropfen ab hier. Ey, das sift hier voll durch, ne? Die Treppe sieht man eigentlich echt gut aus, ne? Auch der Handlauf hier ist schön gemacht alles. Cooles Teil. Sieht man nochmal hier so die Treppe von unten. Cool gemacht. Also die hält auch einiges, sag ich mal. Das ist alles total vermust hier. Die sind doch schon wie Gummi, die Bretter, ne? Das merkst du richtig, wenn du drauf gehst. Nichts sehr sicher. Ja, das war es halt hier von dem richtig geilen Lost Space am Mühegraben. Ja, geht in den Wald, werdet bessere Menschen. Na, TV abschließt sich. Ja. Wir wollten gerade noch in dieses Lost Space hier, als jeder jetzt nicht gucken. Das ist total zugewuchert. Das ist ein riesen Komplex. Aber das Problem ist halt, als wir dann endlich uns hier so halbwegs durchgekämpft hatten. Hier ist alles voll Dorn. Da haben wir uns durchgekämpft. Hier vorne könnte man rein, das ist aber leider auch ein Tor. Das ist ein Tor. Da haben wir festgestellt, dass da zwar ein riesen Komplex ist, aber leider da auch noch wer wohnt. Wir haben nämlich nur im Hintergrund, also ich habe einen Gabelstapler gehört und so dumme Stimmen im Hintergrund. Das war eben Fluchthaus Alcatraz. Das war alles gut. Naja, das war auf jeden Fall in der Nähe von dem Anderlos Space.